Hast du außergewöhnliche Sinne? Nimmst du Gefühle sehr intensiv wahr? Oder denkst du auf eine ganz spezielle Art und Weise? Kannst du vielleicht sogar bestimmte Schwingungen spüren? Oder verfügst über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Wenn du mindestens eine der Fragen mit Ja beantworten kannst, gehörst du möglicherweise nicht nur zu den hochsensiblen Menschen, sondern zu einem ganz besonderen Typ. In diesem interessanten Video erfährst du die fünf Arten hochsensibler Personen, was ihnen das Leben manchmal schwer macht und welche Berufe zu ihnen passen. Die ersten drei Typen basieren auf wissenschaftlichen Standards. Da es aber weitaus mehr Wahrnehmungsarten gibt, wurden diese um zwei weitere ergänzt. Bedingt durch praxisnahe Erfahrungen in Psychotherapien und Coachings. 1. Sensorische Hochsensibilität, die fünf Sinne Sensorische Hochsensibilität bezeichnet Menschen, die besonders feine Antennen haben und bereits geringste Sinnesreize wahrnehmen können. Kurz gesagt, es handelt sich um eine ganz besondere Empfindsamkeit der Sinne. Diese Wahrnehmungen können sich auf innere, äußere, optische oder soziale Reize beziehen. Es können Gedanken, Gefühle, Geräusche, Gerüche, Licht und Farben sowie Stimmungen anderer Menschen sein. Geschmacks- und Geruchssinn, Hörvermögen, Tastsinn oder das Hautgefühl sind erstaunlich stark ausgeprägt. Daher haben sensorisch sensible Personen in diesen Bereichen häufig eine Begabung, beispielsweise künstlerisch, ästhetisch oder musisch. Im musikalischen Bereich oder in kreativen Berufen sind sie daher besonders gut aufgehoben. Die Kehrseite der Medaille ist meist eine Überlastung des Nervenkostüms, bedingt durch zu viele Sinneseindrücke. Die Folgen der Reizüberflutung können unter anderem schnelle Ermüdung und Konzentrationsmangel sein. Zweitens, emotionale Hochsensibilität, Empathie Personen, die emotional sensibel veranlagt sind, nehmen sowohl ihre positiven als auch ihre negativen Gefühle extrem intensiv wahr. Dies hat zur Folge, dass alles, was sie erleben, sehr lange nachwirkt. Sie brauchen mehr Zeit und Energie, um den Alltag oder besondere Erlebnisse zu verarbeiten. Negative Emotionen und die stark ausgeprägte Empathie können dazu führen, dass sich Betroffene in ihren Gefühlen verlieren. Diese intensive Gefühlswelt in Kombination mit der Art, bestimmte Dinge zu verarbeiten, kann auf Dauer sehr kräftezehrend sein. Daraus resultiert, dass sich emotional hochsensible Menschen oft überfordert fühlen. Diese Überreizung und Überstimulation kann erhöhte Anspannung und Nervosität mit sich zielen. Hinzu kommt, dass sie in zwischenmenschlichen Bereichen Feinheiten besonders wahrnehmen. Als gute Zuhörer können sie in Gesprächen nicht nur zwischen den Zeilen lesen und unbewusste Botschaften herausfiltern, sondern ebenso differenzieren, ob jemand lügt oder die Wahrheit spricht. In Konversationen kann sich auch die Stimmung des Gegenübers auf die Betroffenen übertragen. Emotional hochsensible Menschen sind empathisch, meistens hilfsbereit und verfügen über eine ausgeprägte Intuition. Diese Charaktereigenschaften können sie gut in sozialen Berufen ausleben. Drittens, kognitive Hochsensibilität, Querdenken Kognitiv-sensible Menschen verarbeiten Sinneseindrücke und Informationen tiefer und gründlicher als normalsensible und haben ein ausgeprägtes Gefühl für Logik. In der Reizübertragung bleiben somit mehr Informationen erhalten. Dies führt dazu, dass Betroffene das aufgenommene Wissen tiefer abspeichern und lange über Erlebtes nachdenken. Sie zeichnen sich durch laterales, intellektuelles und analytisches Denken aus und können komplexe Zusammenhänge sehr gut erfassen. Dieses Querdenken ermöglicht durch Assoziationen und das Anknüpfen an Gedanken völlig neue Ansätze von Ideenfindungen und Problemlösungen. Aus diesem Grund ist Ihr ideales Arbeitsfeld die Forschung. Technik oder Wissenschaft Auf andere Menschen wirken kognitiv-hochsensible häufig emotionslos und eher introvertiert. Probleme können sich dann ergeben, wenn die komplexe Denkweise das Alltagsleben behindert. Viertens, geistige Hochsensibilität, Spiritualität Die spirituell veranlagten Hochsensiblen haben einen besonderen Zugang zur Übersinnlichkeit. Schon von Kindesbeinen an spüren sie, dass es noch eine metaphysische Ebene gibt, ohne es zu wissen. Sie haben oft geistige Fähigkeiten, die außerhalb des physischen Sinnesbereiches liegen. Geistig-hochsensible Personen können besondere Energien und Schwingungen wahrnehmen oder Dinge, die andere als übernatürlich bezeichnen würden. Viele spüren beispielsweise verborgene Empfindungen fremder Personen, welche diesen selber gar nicht bewusst sind, weil sie von ihnen unterdrückt werden. Andere ahnen teilweise bestimmte Ereignisse voraus oder haben eine besondere Intuition. Grundsätzlich beschäftigen sich Betroffene meist sehr tiefgründig und ausgiebig mit dem Sinn des Lebens. Ihre Energie ziehen sie meist aus ihrem Glauben oder der Meditation. Von Menschen, die keinen Zugang zu dieser Welt haben, werden sie oft als etwas merkwürdig abgestempelt. Für geistig-hochsensible Menschen sind Berufe wie Heilpraktiker, Yoga-Lehrer oder Priester gut geeignet. 5. Ethische Hochsensibilität – Moral Ethisch-Hochsensible verfügen über einen extremen Gerechtigkeitssinn, sind sehr pflichtbewusst und idealistisch veranlagt. Sie fungieren als Weltverbesserer und stellen hohe moralische Ansprüche. Außerdem haben sie eine außerordentlich feine Wahrnehmung für gerecht und ungerecht bzw. gut und böse. Ihre stark ausgeprägte soziale Ader kann sie allerdings bis an den Rand der Selbstaufgabe treiben. Da sie zu gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten nicht schweigen können, bringen sie sich häufig selbst in Schwierigkeiten. Soziale Berufe eignen sich für sie ebenso wie Tätigkeiten in Hilfsorganisationen und alles, was mit Umweltschutz zu tun hat. Vielen Dank fürs Zuschauen des Beitrags 5 Arten der Hochsensibilität Wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest und dankbar für praktische Alltagstipps bist, dann schaue doch gerne unten in die Videobeschreibung. Was ist deine besondere Fähigkeit? Bemerken andere Menschen deine Gabe und falls ja, wie reagieren sie darauf?